So Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zeige ich euch diesmal wieder mal einen Minecraft-Server. Und das ist jetzt der zweite Fahrt der Serie und diesmal habe ich einen ganz besonderen Server. Dieser ist schon mit sehr feinen Sachen gebaut, wie dieser Hale. Wenn wir etwas weiter gehen, hier so eine riesen Verluste. Hier seht ihr so einen Verlust. Ja, ihr könnt hier auch euren Trick hinbauen. Wie ihr seht, ist es erwünscht, hier sowas zu bauen. Wer die IP haben will, der muss mich erstens abonnieren. Also einfach oben auf Abonnieren klicken. Und der muss auch das Video liken und liken und zu den Favoriten hinzufügen. Also gefällt mir, abonnieren, grünen Daumen. Also grünen Daumen ist ja gefällt mir. Also gefällt mir, abonnieren und zu den Favoriten. Dann schreibt ihr mir eine PN. Achtung, Kommentare werden nicht beantwortet zu dem Video, sondern ich höre nur auf PNs. Und wer in meinen PN schreibt, der kriegt dann in einer kurzen Antwort einfach den Server geschrieben. Wie gesagt, Kommentare werden nicht beantwortet. Also wer auf den Server möchte, der muss das machen. Das steht doch nochmal alles in der Beschreibung. Also viel Spaß bei meinen anderen Minecraft-Feeds noch. Das ist scharf. Und ja, ich würde sagen, ciao. Das war's dieses Mal schon wieder. So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zeige ich euch diesmal wieder mal einen Minecraft-Server. Und das ist jetzt der zweite Pfad der Serie und diesmal haben wir einen ganz besonderen Server. Dieser ist schon mit sehr feinen Sachen gebaut, wie dieser Hale. Wenn wir etwas weiter gehen, hier so eine riesen Verlässte. Hier seht ihr so einen Verlässt. So. Ja. Ihr könnt hier auch euer Drehcamp bauen. Wie ihr seht, ist es erwünscht. Hier sowas zu bauen. Wer die IP haben will, der muss... Hallo Skeleth. Wer die IP haben will, der muss mich erstens abonnieren. Also einfach oben auf Abonnieren klicken. Und der muss auch das Video liken. Und liken und zu den Favoriten hinzufügen. Also gefällt mir, abonnieren, grünen Daumen. Also grünen Daumen ist ja gefällt mir. Also gefällt mir, abonnieren und zu den Favoriten. Dann schreibt ihr mir eine PN. Achtung, Kommentare werden nicht beantwortet zu dem Video, sondern ich höre nur auf PNs. Und wer mir eine PN schreibt, der kriegt dann in einer kurzen Antwort einfach den Server geschrieben. Wie gesagt, Kommentare werden nicht beantwortet. Also wer auf den Server möchte, der... Musst das machen. Das steht doch nochmal alles in der Beschreibung. Also viel Spaß bei meinen anderen Minecraft-Feeds noch. Und ja, ich würde sagen, ciao. Das war's dieses Mal schon wieder.